hallo und willkommen zu der lego star wars so wir sind im kapitel 4 das potren auf mos espa das heißt wir werden jetzt auch endkantreffen wir zusammensetzen Danke, Leute. hey das war das nach hause steuern weil ich das aber links rechts Nein, ich werde die Booster nicht mitnehmen. Dann haben wir die Hunde auch gleich. Ja, das kann ich nicht. Ich werde die Booster nicht nehmen. Dann bin wir nicht. Dann haben wir noch einer vor uns, oder? Nein, gar nicht, ist noch einer. Dann haben wir auch gleich. Das ist glaube ich noch der für uns. Nein, noch zwei. Also einer noch und der, den wir überholen sollen, oder was hat der Fall blinkt. Aber einer haben wir ja noch. Die drei Runden, ich war oben, da wird es mehr drei und eine Zeit. Noch einer vor uns. Den wollen wir ja. Ich sehe nichts. Wenn es noch fallen. Es ist fast wieder, wenn man kommt, der Typ ist wahrscheinlich gar nicht erster. Der wohl kann sein, Leute. Und dann muss ich ja. Das haben wir schon mehr sind. Scheiße. Ich bin ja wunderbar, aber die abgeräumte die Bäume. Stimmt ja, dass wir wollen. Ich habe jetzt gedacht, er wäre erster. Also der Typ, den wir quasi gehören müssen. Der wahrscheinlich, also der ist wahrscheinlich am Ende der letzten Runde quasi erster. Er ist dann noch nicht. Und gleich haben wir ihn. Und überholt. So, erster Platz. Aber keinen Fehler mehr machen. Hä, dieser holt er mich ein hier. Was soll das? War da schlauer, denkst du da? Ich schaue es ja nicht. Egal. Hup, hup, hup. Hä, dann sollten wir ja gewonnen haben, ne? Easy, Esther. Hup, hup. Hä, am Ende ist gar nicht mitgenommen. Was stand da irgendwo rum? Egal. Das war's auf jeden Fall. Wir erst mal wieder für heute. Dann wieder für den Tag fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.